Heute ist es soweit und wir schauen uns mal die Ergebnisse der letzten Community-Umfrage an. Sie startete ja am 24. September und dann ging sie bis in den Vormittag des 28. September. Und bevor ich euch die Ergebnisse vorstelle, noch eine Kleinigkeit, weil das immer wieder in den Kommentaren zu der Community-Frage aufkommt. Natürlich ist das, was ihr jetzt seht, nicht repräsentativ für, sagen wir, Deutschland oder für die Gesamtbevölkerung. Aber natürlich kann man trotz allem auch ein bisschen daraus lesen, was die Community so denkt, was also diejenigen denken, die meine Videos anschauen und die diesen Kanal abonniert haben. Und der Anspruch ist tatsächlich auch nicht, hier irgendwie ein repräsentatives Ergebnis für die Gesamtbevölkerung zu ermitteln. Das ist so auf diese Weise ja auch gar nicht wirklich möglich. Ja, das mal vorangestellt. Schauen wir jetzt aber mal auf das Ergebnis der Sonntagsfrage. Also welche Partei würden sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Und ihr könnt sehen, dass es insgesamt 443 Teilnehmer gab. Das sind 16 mehr als bei der Umfrage im April. Und von diesen 443 Teilnehmern haben 441 eine gültige Stimme abgegeben. Und wir sehen, dass die Linke dieses Mal auf 8,8 Prozent gekommen ist, also über 5 Prozent liegt. Und das sind tatsächlich auch Zugewünne im Vergleich zur letzten Umfrage vom April. Das BSW hat ein bisschen nachgegeben, ist jetzt einen Prozentpunkt schwächer als beim letzten Mal, liegt aber auch bei über 5 Prozent. Das sind 7,7 Prozent. Die SPD, die Partei des Kanzlers, kommt auf ein zweistelliges Ergebnis, kann sich also ein bisschen steigern. Das letzte Mal war die SPD noch im einstelligen Bereich. 11,3 Prozent sind es. Das ist Rang 4. Wir haben die Grünen bei 17,2 Prozent. Sie legen etwas zu und kommen auf Rang 2. Die FDP verliert, bleibt aber bei über 5 Prozent mit 5,2 Prozent. Die Unionsparteien kommen insgesamt auf 14,1 Prozent und Rang 3. Und nach wie vor stärkste Kraft ist die AfD bei der Community-Umfrage. 27,4 Prozent sind es am Ende. Und die Sonstigen kommen auf 8,2 Prozent und gehören tatsächlich wie die AfD zu den größten Verlierern im Vergleich zur Umfrage vom 17. bis zum 24. April. Ansonsten sehen wir, gibt es vier Gewinner. Die Linke, die SPD, die Grünen und die Union. Und ja, vor allen Dingen Linke, SPD und Grüne gewinnen in einem sehr ähnlichen Maße hinzu. Aber auch die Union ist mit ihren plus 1,4 Prozentpunkten nicht so weit entfernt von den Gewinnen der Linken, der SPD und den Grünen. Ja, schauen wir als nächstes auf die sonstigen Parteien. Da hat es keine Partei auf mindestens 5 Prozent gebracht. Die stärkste der sonstigen Parteien ist Volt geworden mit rund 2,72 Prozent der Stimmen. Zweimal, wie gesagt, wurde sozusagen der Stimmzettel ungültig gemacht. Und diese Stimmen habe ich hier nicht nochmal extra aufgeführt. Damit können wir weitergehen und uns mal den weiteren Fragestellungen widmen. Und da sollte zunächst einmal quasi eine Aussage getroffen werden, ob die CDU auf Landesebene Koalition mit bestimmten anderen Parteien eingehen soll. Da war als erstes gefragt worden, sollte die CDU auf Landesebene Koalition mit der Linken eingehen. Da gibt es ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss von Seiten der CDU und in der Community ist die Meinung darüber ziemlich ausgeglichen. Also rund die Hälfte sagt, die CDU soll da quasi ihre Position verändern und mit der Linken Koalition bilden oder bilden können. Die andere Hälfte sagt, nein, die CDU soll nach wie vor an diesem Unvereinbarkeitsbeschluss festhalten und mit der Linken keine Koalition eingehen. Was das BSW betrifft, ist das Meinungsbild eigentlich auch relativ unentschieden. Hier zugunsten der Antwortoption ja. Also ein paar mehr Stimmen gab es eben für die Aussage, dass die CDU auf Landesebene Koalition mit dem BSW eingehen solle. Aber auch nicht wenige, das kann man hier sehen, sind der Meinung, die CDU solle auch nicht mit dem BSW koalieren. Und was die AfD betrifft, ist das Bild ein bisschen eindeutiger, aber auch nicht so glasklar. Also es gibt zwar eine absolute Mehrheit, die eine Koalition mit der AfD auf Landesebene ablehnt, aber es gibt immerhin auch über 40 Prozent an Zustimmung für diese Aussage, dass die CDU auf Landesebene Koalition mit der AfD eingehen solle. Das heißt, wenn wir alle drei Antworten, also alle drei Fragen besser gesagt einmal überblicken, dann gibt es bei keinem dieser, bei keiner dieser Fragestellungen ein ganz, ganz eindeutiges Ergebnis. Aber tendenziell, wenn die CDU auf Landesebene mit einer dieser drei Parteien koalieren sollte, dann am ehesten noch mit dem BSW eurer Meinung nach. So, und jetzt gab es eine Reihe von Politikern, die es zu bewerten galt. Und zunächst ging es da um Landespolitiker. Und da fällt auf jeden Fall auf, wenn wir uns dieses Ergebnis anschauen, dass die jeweiligen Amtsinhaber, zumindest Stand 28. September, prinzipiell noch am besten wegkommen. Also Bodo Ramelow, der amtierende Ministerpräsident von Thüringen, Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg und Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, sind diejenigen, die bei der Positivbewertung am meisten positive Stimmen erhalten haben, zumindest in den Prozentwerten ausgedrückt. Aber wir sehen auch, Björn Höcke folgt dann auf Rang 4, der liegt nicht so weit entfernt von Michael Kretschmer. Und gerade Bodo Ramelow und Dietmar Woidke haben da nochmal eine andere Zustimmungsrate erfahren, als Michael Kretschmer in Sachsen. Also was man zumindest mal sehen kann, ist, dass Amtsinhaber, vor allen Dingen Ramelow und Woidke, da deutlich besser wegkommen als die anderen Politiker hier in der Liste. Und ja, am schlechtesten abgeschnitten, zumindest von den Positivbewertungen, haben Jan Redmann und Mario Vogt, beides CDU-Männer. Jan Redmann in Brandenburg und Mario Vogt, der ja eigentlich in Thüringen Ministerpräsident werden möchte, die kommen da gerade mal auf 6,4 beziehungsweise 9,7 Prozent positive Werte. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, Jan Redmann hat zwar die wenigsten Positivbewertungen, aber er hat nicht die meisten Negativbewertungen, wenn wir auf die Prozentwerte blicken. Da ist es tatsächlich so, dass die AfD-Kandidaten hier alle die größten Werte bei den Negativbewertungen haben. Das heißt, ein Björn Höcke hat zwar die viertmeisten vom Prozentwert her gesehen positiven Bewertungen, hat aber auch die meisten Negativbewertungen. Mit anderen Worten, Björn Höcke polarisiert eben viel mehr, als das zum Beispiel an Jan Redmann hier tut. Bei Jan Redmann gibt es eigentlich sehr viele, die ihn durchschnittlich bewerten. Bei Björn Höcke gibt es diese durchschnittliche Kategorie eigentlich gar nicht so richtig. Also entweder man bewertet ihn wirklich positiv oder eben negativ. Nur 9,4 Prozent der abgegebenen Stimmen sagen, er ist eigentlich durchschnittlich gut oder durchschnittlich schlecht, je nachdem, wie man das dann formulieren möchte. Und wir können auch sehen, dass neben Jan Redmann auch andere Politiker, vor allen Dingen im durchschnittlichen Segment, relativ stark sind. Katja Wolf vom BSW hat das zum Beispiel auch. Und ja, auch Mario Vogt hat über ein Drittel der Stimmen im durchschnittlichen Segment erhalten. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt bei dieser Liste an Politikern aussieht. Das sind Politiker, die fast alle hauptsächlich auf Bundesebene tätig sind. Hendrik Wüst ist ja eine Ausnahme als Ministerpräsident von NRW und auch Markus Söder als Ministerpräsident von Bayern ist da ja so ein bisschen eine Ausnahme. Und ja, was man sehen kann ist, es gibt, wenn man so will, einen, tatsächlich doch eher einen Politiker nur, der durchweg ziemlich überzeugend ist und das ist Boris Pistorius. Fast die Hälfte der abgegebenen Stimmen entfällt auf die Kategorie positiv. 48,6 Prozent sind das. Kein anderer der genannten Kandidaten kommt auf einen so guten Wert. Und auch bei den Negativbewertungen ist da einsame Spitze im positiven Sinne, denn kein Politiker hat weniger negative Stimmen bekommen als Boris Pistorius. Also er steht ziemlich gut da. Ja, das Gegenbild ist sein Parteikollege und Bundeskanzler Olaf Scholz. Der bekommt gerade mal 5,5 Prozent positive Bewertungen. Damit hat er den schlechtesten Wert von allen abgefragten Politikern. Und mit 62,4 Prozent hat er auch den höchsten Negativbalken von allen abgefragten Politikern. Also Olaf Scholz kommt gar nicht gut weg. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, ob Olaf Scholz eigentlich der richtige Kandidat für die SPD ist, wenn Boris Pistorius so brilliert und Olaf Scholz so schlecht abschneidet. Aber das ist eine Frage, die auch die SPD sich dann stellen muss zu gegebener Zeit. Also ich nehme das Video jetzt am 28. September auf, aber ich glaube nicht, dass bis zum Erscheinen des Videos so dramatisch viel in der K-Frage sich verändert haben wird bei der SPD. Ja, ansonsten sehen wir, es gibt auf Rang 2 mit Robert Habeck, einem Politiker der Grünen, der also bei den Positivbewertungen auf Rang 2 liegt. Allerdings bekommt er auch die Hälfte aller Stimmen im negativen Segment. Und man kann sehen, eigentlich werden sehr viele Politiker hauptsächlich negativ anstelle von positiv bewertet. Und wir sehen auch, dass gerade bei der AfD die Polarisierung am größten ist, wie wir das ja eben schon bei Björn Höcke gesehen haben. Also bei Alice Weidel und Tino Chrupalla gibt es zwar viele positive Stimmen im Vergleich zu anderen Politikern, da haben sie die Ränge 3 und 4. aber es gibt halt eben auch sehr, sehr viele negative Bewertungen und nur wenige, die diese Politiker durchschnittlich bewerten. Also man kann schon festhalten, bei der AfD ist es so, entweder man mag die Leute und die Politiker dort oder man mag sie eben grundsätzlich nicht. Und es gibt wenige, die da quasi so eine unentschiedene, so eine durchschnittliche Meinung von diesen Politikern, also von den Politikern in der Partei haben. Gut, jetzt käme zwar die Altersstruktur, ich lasse sie schon mal eingeblendet, aber es gab ja noch ein paar weitere Fragen, die habe ich jetzt allerdings nicht aufbereitet, sondern ich handelte sie einfach mündlich ab, ohne dass ihr visuell was seht. Ich habe ja dann auch noch die Frage gestellt, sollte die FDP die Ampelkoalition verlassen? Und da gibt es ja so etwa ein 60-40-Ergebnis. Also 261 Stimmen haben gesagt, ja, die FDP sollte die Ampelkoalition verlassen. 180 Mal wurde gesagt, nein, die FDP soll in der Ampel verbleiben. Das heißt, am Ende des Tages haben sich 59,2% für ein Ende der Ampel ausgesprochen und 40,8% dafür, dass die FDP in der Ampel bleiben soll. Dann habe ich ja nach den Kanzlerkandidaten gefragt und ich glaube, ich gehe doch nochmal zurück. Es ist, denke ich mal, wenig verwunderlich, dass bei der SPD Boris Pistorius mehr Zustimmung bekommt als Olaf Scholz. 56,1% wünschen sich sozusagen Boris Pistorius als Kandidaten der SPD, nur 13,6% sind für Olaf Scholz und 30,2% haben gesagt, ein anderer aus den Reihen der SPD sollte Kanzlerkandidat werden. Bei den Unionsparteien, da ist ja die K-Frage offiziell ja schon geklärt, habe ich aber trotzdem mal die Frage gestellt, wer sollte es denn eigentlich werden? Eurer Meinung nach, Friedrich Merz, Hendrik Wüst, Markus Söder oder ein anderer? Und man muss sagen, da ist das Ergebnis ziemlich unentschieden. So plus minus ein Viertel der Stimmen ist auf alle diese Antwortmöglichkeiten entfallen. Also Friedrich Merz, 22,1%, Hendrik Wüst, 31,0%, Markus Söder, 26,0% und ein anderer Unionspolitiker, 21,0%. Also da gibt es keine eindeutige Tendenz. Am ehesten hat man sich ja eben noch für Hendrik Wüst ausgesprochen mit den 31,0%, aber das ist keine absolute Mehrheit. Und ist auch kein großer Vorsprung auf Rang 2, den ja Markus Söder mit 26% innehat. Ja, am Ende noch ein Blick auf die Altersstruktur. Nach wie vor dominiert die Altersgruppe 18 bis 29 Jahren bei der Community-Umfrage. Das sind 245 Teilnehmer, die in diesem Alterssegment unterkommen und darunter fallen. Und dann gibt es halt noch einige, die in dem Segment unter 18 sind. Und dann haben wir noch die 30 bis 39-Jährigen, die da auf Rang 3 folgen. Ansonsten sehen wir, alle Altersgruppen über 39 sind nicht so stark vertreten bei dieser Umfrage. Ja, und am Ende könnt ihr noch die Entwicklung bei den interaktiven Umfragen seit Juni 2021 sehen. Ihr seht ja, in diesem Jahr haben wir ja im Januar begonnen mit interaktiven Umfragen, beziehungsweise mit Community-Umfragen und da zeigen sich nicht so drastische Veränderungen im Verlauf, wie zum Beispiel das mal früher hier der Fall war. Was man aber sehen kann, ist, dass das BSW zuletzt nachgelassen hat bei den Community-Umfragen. Und ja, SPD, Grüne und zuletzt auch die CDU, CSU konnten immer wieder ein bisschen zulegen. Das soll es jetzt zu diesem Video gewesen sein. Ich setze den abschließenden Punkt und sage, das soll es für heute gewesen sein.